René, was fällt dir zu Nummer 7 ein? Die Nummer 7 ist die Nummer von Ronaldo, von Beckham und von mir. Oliver, was fällt dir zu Nummer 7 ein? Ja, aber hallo bitte, wir haben letztes Jahr 77 Jahre geschossen, 77 Punkte gemacht, wenn das nicht einmal symbolisch ist. Siebenschen, dann bist du mir wert. Nummer 7, Luki, was fällt dir ein? Wenn ich meine 7 Meilenstiefel auspacke, können sich alle anderen anschneiden. Was fällt dir zu Nummer 7 ein? Die nächste depperte Frage. Jetzt lass Konto eröffnen und 7 Vorteile abstauben. Mehr Infos in jeder Hypo-Filiale oder auf www.hypo.at Hypo Oberösterreich. Wir schaffen mehr Wert.